Blub. Einfach mal die ganze Gäste mitgenommen. Handtücher. Bauklotzer, Geige. Gong. Ja, die hier halt. Ja, ich weiß. Oh Gott. Küsttischen halber. Hallo. Hallo. Astarion hat Felsi da reingedrückt. Habt ihr das gesehen? Das ist halt so, was das ist. Okay. Ja, ist aber schon so gut. Alles kaputt ist gut. Die haben ja viele Pallen. Äh, entschärfen erst mal. Rufze. Schlusskacken. Eine 20 sogar. 254 Gold. Okay. Ein Pressungsbrief. Ach, das Paket wartet noch immer bei Fallogier auf euch. Wehe, kommt wieder zu spät. Sonst fragen wir uns noch, ob ihr die Sache wirklich zu treu dient, wie ihr es vorgebt. Holt es ab, steckt es in die Teddybären, spendet. Simpler geht es kaum. Wenn es morgen noch hier ist, schöpfen wir euch damit aus. Okay. Beutel noch da hinten. Verbittertes Meißel-Set. Die unmöglichen, aber wahren Abenteuer des Tennebrooks Morgig. Einfach mal lesen kurz. Okay. Witziger gesagt, ich habe mal Gronkh zugeguckt. Gronkh liest ja alles vor, wie immer. Gronkh hat ja so ein Fable für, aber egal. Jedes einzelne Buch und jeden Journaleintrag und so alles. Auli. Wem geht wahrscheinlich Let's Play wirklich 1000 Folgen? Tafelwein, Ball. Oh, wenn man Ball. Der Kratzer, aber wir haben ja schon genug. Handtrommel, Kriegstrommel, Löte, Ball. Es kracht immer noch alles. Anweisung für eine Spende, haben wir gar nicht gelesen. Spenden für 50 Dinge. Bitte verteilen, alles klar. Die will jetzt nichts mehr machen, ne? Oh, doch. Sorry. So viel dazu. Ja, lauf einfach durch. Okay. Äh, nee, fällt sie. So geht's. Wo soll der Teddy sein mit seiner Spende? Ich glaube, das Geld, was wir in der Kiste gefunden haben, sollte er in den Teddy reindrücken. Guck mal, ich spiele, was sind wir da? Zu Glück haben wir schon mal, ne? Gehörer, Fallendschärfer-Werkzeug. Oh, das glauben wir mit Sicherheit. Nicht den, nein, nicht den Kronleuchter. Fallendschärfer-Werkzeug, bitte. Dafür, dass wir gerade umsonst da unten geballert haben. Guck mal da rein. Dann kann man den Maul lassen. Okay. Gut, gehen wir mal. Nein, nicht die Doppeltür. Nein, da soll's raus. Okay. Unnötiger Tod, was sie jetzt da gestorben sind. Ah, Mann. Auf dieser Höhe die Kamera einfach mal schwenken. Ich würde gerne jetzt da oben hingucken, was da ist, aber ich seh's nicht. So, weißt du, also klar, ich kann jetzt da hin, so es leiden. Aber ich würde gerne manchmal einfach... Ach, da kann man ja außerdem her, never mind. Aber, ja, ihr versteht, was ich meine. Ich gehe mal davon aus, sie haben alle keine besonderen Dialoge. Ich hoffe, ich bin da richtig, größtenteils. Klaus, Benji, das ist doch... Cool. Oberschnüffler. Ist das der Zirkus? Ja. Oh, guck mal da. Alright. Ist das der ganze Zirkus? Lauf wahrscheinlich nur mit dem Ticket rein. Montgomery. Vielleicht mal mit Klaus. Oh. Stinkt's of cheese. Between his piggy toes. How dare you? What in the hell is all of this? A necessity. Good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you dear patrons. No need to thank us. Ramonsky. Danke schön für den Follow. Hello, hello. Hello, hello and welcome to the circus of the last days. The finest extra planar circus there is. Dankeschön, dankeschön dafür. Äh, ich hab noch nie von einem extra planaren Zirkus gehört. We travel from plane to plane thrilling all blessed to see us from tempestuous jenny to belligerent redcaps you find them all here. Gut, ich möchte gerne in den Zirkus. Gut, ich möchte gerne in den Zirkus. Was? Was? Überzeugen. Ja, mit Fürs-Gottach befreundet. Lasst mich rein, sonst breche ich euch. 200 Gold, ja. Well, it's a good thing I'm the agreeable sort, isn't it? Welcome to the circus of the last days. Have fun and be sure to catch the star of our show. Dribbles the clown. Alright. 200 Gold ist es wert. Gäbe ich für euch aus, chat. Hallo, Maramonski, dankeschön dafür. Okay, ich spreche mal ganz kurz auf Safety mal wieder rein. Gäbe gern Geld für euch aus, chat, damit ihr hier in den Zirkus gehen könnt. Ah, kann man schon. Zirkus der letzten Tage. Bürger, 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 Bürger. Sarah, die Bumi. Oh, hello there. Oh, versuchen die Handbewegung zu erkennen. Oder zu deuten. Zehn. Digga. For real. Ach, Lukas. Mh. Mal gedankbar nehmen, warum nicht? Please. Thanks. Möchte eure Schminke sehen. Hey. Wow. Schminkfarben. Macht den Anwender zu einem bunten Narren. Fast wie Magie. 1000 Gold. What? Entfärber. Üppiges Weinrot. Verkleidungsausrüstung. Tasche mit Schminke, falschen Körperteilen, Perücken, Werkzeug, um Identität zu verbergen oder eine andere anzunehmen. Also eins würde ich ja schon mal gern kaufen. Warte. Äh, wir haben das alles im Lager ja gebunken gehabt. Sollen wir das Justiziarzeug mal verkaufen? Wird ja abgeschlossen. Das ist jetzt Schattenherz die Weise. Ja. Ja, aus, äh, ne, der Questreihe so behalten eigentlich. Deswegen. Wickschild. Wenn das jetzt kompletter Scheiß ist. Ne, aber ich steig drauf. Und Titan. Hello, hello. Dankeschön für den Radio. Hello, hello. Wir kaufen es einfach. Komm, scheiß drauf. 17.000 Gold. Who cares? Mmh. Wie geht's, der Titan? Dankeschön. Nachhinschminke. Äh. Okay. Akabi, uh. Zerstörer, na, der Zerstörer von Ebenen. Elementar. Sagt er das jetzt, weil wir das Narrending drauf haben? Ugly, hideous, vile. You are fortunate to have found me. Missgeburt? What? Behold. A Akabi's wheel of wonders. Spin. To win prizes beyond your tiny imagination. And make your miserable life more bearable. Hm, was kann ich denn gewinnen? Akabi has traveled across the plains, burning and conquering all. Win the spoils of such conquest. Or, if luck smiles upon you, win the grand prize, the jackpot. Und der wäre, was ist der Jackpot? No more questions. Spin or don't. Digga, bevor wir jetzt hier unsere, äh, ne, 17.000 verballern, gibt's den hier. Und jetzt. Ja, okay, let's go. Vor allem verarscht oder so. Ja, ich hab schon gedacht. He is cheating. Alas, no jackpot for you, ugly one. But, you may have this. Mm. You dare speak to me as if we were equals. You are a scrap of food in my teeth. The dirt beneath my fingernails. You are nothing. I am, however, feeling gracious. So, I will forget this and allow you to spin again. Or I can turn you into something vile. Choose. Oder wir boxen dich einfach zu töten. Zeigt, was ihr drauf habt, schwindel Dennis. Etwas. Behold. My fury. Oh, wir sind Käserad geworden. Was? 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 Alles klar. Yay. Los geht's, Freund. Hey, dann können wir auch springen. Yep. Jetzt kann man wenigstens stinkewoll. Käsegestank. Erzeug eine Gaswolle, die so übel stinkt, dass Kreaturen daran keine Aktionen ausfallen können. Okay. Wie, da gehen das jetzt? Verwandlung? Oh. Soll verbleibende Züge. Oh, jetzt kotzen die auch noch wegen uns. Jetzt müssen wir halt warten, ne? Ich kann mal nochmal mit ihm reden. Google. Warte mal, jetzt werden wir kurz speichern. Mal, kann ich jetzt ganz kurz ins Lager? Als Käserad. Oh, shit. Oh, was ist denn jetzt? Oh, Gott. Nein. Spoiler. Was ist denn? Was? Githrak Vos, you lied to us, enslaved us. The betrayer Vos lies! I have only a moment, and you, Hasharlac, will listen. We are Githyanki. We move mountains. We snap out stars. We shake the plains. Please, the traitor Vos has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlacket's rule? Return to the Astral Prism. Slay Orpheus, the Pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Githrak. You will be part of Vlacketh, Commander of Drabans. My only, my chosen. A final chance. Kneel before me. Make your promise. Nazels thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Oh, sehr schön. Die Niederlaselle. Ja, Nummer 3. Orpheus will live, and I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing. You are nothing. The Githraki will bring you. I will tear your flesh from your bones, and devour your skull's marrow. While you beg for death, I will consume you. Lagerplatz. Wir sind kein Käserad mehr. Alright, wenn ich jetzt wieder rausgehe. Oh, jetzt muss man wahrscheinlich noch mit Lesel sprechen. Neh, mit Kalachuch. Und Lesel. Mm-mm-mm-mm. Life can come at you pretty fast, soldier. A good defense can help you stay on your feet. I think you know that, even if you don't want to. Let's go home. It's about damn time. Okay, what is that? It is done. There is no going back. As long as the undying queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea. Never to cross the one in the void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? Mm-hmm, verbinden, du. Motive erkennen. Ja, Nummer 3 ist immer gut. Ja. I know hate. It's seeds and distills into molten rock. Forever rattling in the belly. But I've never known this. I feel no heat, no cold. I bear neither fangs nor talon. There is only absence. No matter. I am Vlacketh's child no more. I have been born anew in Gith's son, my saviour. And so, from the old battle cries is birthed another. Chmar Salah, Orpheus. Marstelna, Forgen in Yeri. Orpheus's will above all. May the Comet blaze my path forward. Okay. Ich will jetzt da nicht drauf eingehen. Noch nicht, vielleicht. That's okay. Oh, die Dialog-Tiefen einfach immer wieder so heftig, ne? Es ist einfach alle... Oh, es ist ein Räubchen bei uns. Ey. Ich tu dir nichts, Kätzchen. Ich-d-d-don't like talking. Y-anah ist mein Bestfreund. She is kind. Help her, not me. Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend a last life. Please don't. Okay. Ja na warum bist du jetzt bei uns im Lager? Oh, Astarion. Kommt in 10 Jahren wieder. Geherne doch. Ist jetzt Räubchen auch immer für da? Aber wo kriegen wir die Schminke eigentlich immer wieder weg? Ah, Nachenschminke. Bis du lang gerast. Ah, ja. Okay. Hm. Ihr habt euch entschieden. Ich habe eine Idee. Something I've wanted to do for a while. Something that might help me put her in the past. But I'll need your help. Wait until the others are asleep. Okay, dann komm mit mir. There is a place we can go. Down the coast a little. Okay, ja gerne. Uh, wir wollen schlafen. Alles klar. Wo gehen wir schlafen? Hallo. Schattenherz will mit uns weg. Schlafen, hallo. Schlafen, schlafen. Hier? Ja, schlafen. Ah, hier, guck mal das Räubchen. Ist jetzt Räubchen lieber zu uns? Okay, dann halt nicht. Zu Bett gehen. Wieder nachher zu schminke, ne? This will do. Take off your clothes. Ihr bekommt mich auch einfach aus meinen Kleidern. Also klar, sechs. Aber ich glaube, das ist die witzige Variante dazu. Ich glaube, das ist die Witzige. Oh, Nummer eins. Ja, hopperle. Mit den Schultern zucken und vor ihr hineinrennen. Ja, aber dann... Ah, ist ja für sie nicht leicht. Aber weil es spaßig sein könnte. Also, sie aufzubauen, wäre, glaube ich, eins und zwei. Das würde nur ihr so sagen, so auf der Art, wir sind hart und wir sind cool, kommen mit oder so. Aber wir bauen sie damit nicht auf. Meine Schützen, ihre Schwäche nicht. Wir machen nun mal eins, glaube ich. Wir können auch eine Hand in Hand reingehen. Oh, hells, das ist cold. Come here. Oh. Awww. Thank you. I needed that. I needed to know I can face things without Shah. I don't want to go back. Not just yet. Sie ist ein bisschen aus wie Ciri, irgendwie, ne? Wann wird es jetzt? Wann hat es unsere Truppe, die... Oh, Mann. Hey, 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 hey. Nicht einfach so weggehen. Hallo. Hallo. Be honest. What do you think of the new look? Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. I hope so. So long as I'm willing to stroll right into the mountain, mother's superiors trap. They have no reason to not tell me where to go. Und auch sollten wir Ausschau halten. Okay. 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 Hallo, ich wollte noch einen Knutscher. Meine Lebensgeister haben sich gründlich gehoben. Das ist der nächste Satz, den ich irgendwann zu dem Mädel bringe. So, ey, war eine richtig schöne Zeit heute Abend. Ich muss sagen, meine Lebensgeister haben sich gründlich gehoben. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Mensch, ja, ich weiß, ich habe es aber noch nie gehört vorher. Im Gegenteil. Nicht dem mindesten, es war wundervoll. Denkt einfach daran, wenn ihr eine gute Schwimmerin werden wolltet, braucht ihr jede Menge Übung. Moment, soll der Satz jetzt sagen, ey, lass uns das Ganze nochmal machen, das war geil. Oder soll das wirklich nur auf fachlich schwimmen und so sein? Wenn sie die Referenz versteht, Dreamgirl, das wäre halt heftig. Ich will es speichern, weil ich hoffe nicht, dass das jetzt, ne, wortwörtlich auf Schwimmern und so umgeht, ne. Okay, sie versteht's. Sie werden natürlich annehmen, dass wir mitten in der Nacht Sandburgen gebaut haben. Aber Nummer eins ist auch toll. Aber natürlich werden sie. Ich hoffe, wir haben mehr Möglichkeiten, um zu verlieren, und zu machen Sandcastles. Ich gucke, wir lächeln. Ah, sie ist glücklich, jetzt. Huch, das ist ja mein Umhang noch ganz schön rumgeflogen. Aber nicht nur der Umhang ist rumgeflogen, das war was ganz anderes, ne, rumgeflogen. Können wir noch mit Tieren? Ah, wir haben's weg, ne? Oh, nooo. Ja. Gib hier. Zerpester. Ja, was ist es denn? Ein Grimischka-Schwanz. Okay. Komm hier. Er hat uns den Schwanz wiedergebracht, den wir heute Nacht beim Sandburgbauen verloren haben. Ja. Vielleicht kriegen wir die Katze auch noch irgendwann dazu, sie zu streicheln. Das wäre auch cool. Wo ist denn Euli? Wir haben Euli schon lange nicht mal gesehen. Ist es noch da? Da. Oh Gott. Ich dachte schon. Uh. Komm her. Ja. Das ist okay. Aber bei dir geht's an die nächsten Folge, lieben. Uh. Willkommen zurück, ihr Feinis. Na? Für die Session hier direkt vor Baldus Torli. Wir sind letztes Mal auf dem Weg gewesen. reinzukommen, in die Richtung zu kommen. War noch mit Zirkus, glaube ich, zuletzt, ne? Wollen wir das, glaube ich, weitermachen. Mit so einem Schätzchen-Schattenherz. Ich krieg's noch ganz kurz einen Knutscher. Good for her. Ja. Of course. Komm her. Just the one. Komm her. Sie gehört jetzt da zum regulären wie Kratzer und wie Euli. Zu Beginn. Ja. Ja. Komm, lächeln da runter. Ja. Leben ist gut. Thanks. Hier, Kratzer. Komm her. Komm her. Ja. Boop. Und Euli kriegt noch den Abschluss. Ja. Na, komm mal los. Komm her. Ein bisschen Patten. Mach ich auch so, wenn ich euch sehe. Einfach auf den Kopf. So. Sind wir well rested. Nach Thunders Licht. Ja, wir haben voll, ne? Gell? Ja. Gut. Lager verlassen. Stimmt, wir sind mit dem... Ach, stimmt ja. Jetzt wollen wir nochmal mit dem reden. Mann mal. Intuitiver Speicherpunkt. Wie sehen die denn da, by the way, aus? Wir reden nochmal mit Akabi. Was? Boah, können wir es... Können wir den angreifen? Also, wahrscheinlich kommen dann alle in den Kampf, oder? Shit. Kugel. Haben wir nicht das Dessertwein? Huch, der Käse-O-Mantie. Halt, aber nicht klauen, sondern nur... Lesen. Dass hier die wilde Kunst der Käse-Magie nicht als Lächerlichkeit abtut. Gewiss konnte man sich darüber amüsieren, wenn vergorene Milch durch den Schleier beschworen wird. Doch Käsebruch kann ein äußerst gefährliches Werkzeug sein. Ein Käse-Magier kann seine Feinde natürlich mit einem jungen, kräftigen Rad-Tiefwasserer verprügeln. Damit hat er uns verhext. Boah, der ist steinig. Schild, das... Boah, Digga. Langschwert, Wurfschwert. Guck mal hier, was liegt denn hier alles? Polierte Halskette. Oh, ausrüsten. Saphir fliegen. Vergoldeter Foliant. Oh. Und Regenpanzer, was ist das? Ich kann es nicht angucken. Würde es aber gern. Feuerschild. Wertlose Schatzkisten. Können wir da irgendwie mit Astarium, by the way, irgendwie ran? Das sehen alle, oder? Aber wenn ich mich da hinten dran und da sowas hüpfe, reicht das? Ich habe mich mal. Wobei, hier hält es ja auf. Guten Abend, Markus. Hey, hey, hey. Also wenn wir uns da einfach hingehen... Ach so. Den Rest brauchen wir haltet wirklich. Der Wurfschwert ist wurscht, egal. Kampfmager macht. Kettenstiefel, Goldanhänger. Ja, okay, der Rest ist nichtig. Okay, in der Moment dann. So, alle aufstehen? So. So, gehen wir weiter in der Runde hier. Was haben wir hier? An der Seite. Da fängt ich mir gerade extra die Ecken ab. Den Knochi, Miteigentümer von Steinis und Knochis Maß anfertigen. Okay, da ist Steini. Klack, bumm. Das Drowse-Nose war so crooked. Darling, wir haben ein Gast. Ahem. Ist dein Kamp Drab? Dreary? Dann kommst du zu den richtigen Platz. Browse unsere bespoke, stony und bony Creations. Oder kommst du eine Statue in deinem Kind. Hallo, nur Gamer. Bei einigen Knochi, wer seid ihr? Also, wir sehen, wer ihr seid, aber wir wollen es trotzdem mal wissen. Bony, at your service. Eine Frau. That there is my darling life's stony. Is she not magnificent? Magnificent. Äh, sehr prächtig. To think she chose me. Why I wake up every morning with a smile on my face. Now, what can I do for you? Ich hätte gerne eine Statue von mir für mein Lager. Ja, safe. My wife shall be delighted. Customs are her favorite. Particularly when their facial structure is as unique as yours. Äh. Äh. Okay. Tremendous. Stony darling. Let us put this towards our getaway in the Moonshade Isles. I'll have your statue shipped to your camp. You shall love it. We guarantee it. Oh, bin ich ja mal gespannt. Aber lass doch zumal mal deine Waren sehen. Ah. The adventurer return. Oh, you shall be thrilled and delighted. Was hat er denn? Jetzt hat er 5K. Diamant. Oh, Diamant kommt 1000. Was? Okay, haben wir die Dinge denn schiert noch? Im Lager halt, ne? Oh, will ich den Käse verkaufen? Also im Lager jetzt das Zeug holen? Ich weiß ja nicht. Aber wir haben immer noch knapp 12.000. Ja, das kann auf jeden Fall weg. Aber jetzt ist das Mittelfenster wieder da. Sag mal da mal. Warum haben wir das bei einem Einhändler nicht? Und bei einem Einhändler jetzt schon. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Glaubst du auch noch irgendwas interessantes? Na, eine kleine Zeugäger, die kann man irgendwann verkaufen. Okay. Bin mal gespannt. Wie das ist arg witzig oder sieht es richtig gut aus? Haben wir hier. Hoppa. Lieferant von Leckereien und Tant. Was hat er denn für ein Ding? Oh, oh. Hungry, little hobgoblin. Willst du ein Trito? Ich habe viele Trito. Und magik. Und junker, die ich finde. Oh, oh. Äh, zeig mal her. Äh, zeig mal her. Der Hut, ne? Just for you. What? Arcane Kultivierung, okay. Ja, wow. Nee, nix. Psychische Resistenz, okay. Rauchpulverpfeil. Also der war noch cool, aber nicht für 200 Gold oder so. Gleich eine Hose. Nee, voll lieb und cool, aber nee. Bye, 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 now. Tschüss. Papa, Süßigkeiten. Flaschenregal, schwere Tour. Was, Paramedius? Hausmeister. Okay. Da geht's raus. Nachtbringer, Lucrezia. Lol. Mit tanzenden Skeletten. Ihhh, ne magische Hand. Kribbel. Wir haben Krabbel. Und Kribbel. Lol. Wir haben einen Drang für tote Händchen. Äh, zum Sprechen mit toten Händchen. Ist da irgendwas interessantes Holzsack. Oh, 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 that's it, Nathan. Ah, Lucille. Es ist Posey, Grapevine, then Pivot Step. Chaikun, du hast die Grace of my great Grandmother's Missing Leg. Oh, and Boris. Boris, put some sensuality into those lovely hip bones. I know you have it in you. Step it up. Äh. Wir sind immer höflich. Oh, meine Liebhaberin. Oh. Oh. Natürlich, Darling. Können wir mit Boris reden? Schöne. 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 Okay. Was mit Händchen? Kribbel. Ihhh. Kribbel, Krabbel. Ein Kilo. Geben wir noch einen Ring an. Hey. Okay. Kann man nicht viel machen. So, was geht denn da unten? Hochseil Hilde. Okay. Kann man nicht viel machen. Ey, Hochseil Hilde. Ah, wow. Hochseil Hilde, das war besonders. Da hinten ist Viola Silberzunge. Mit Badentanzer auf. Achso. Okay, das sind so random boys. Klingo Trapezmeister. Tessino. Was die kann. Moment. Hmmmm. Ja. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Ich weiß schon, jemanden werde die Person schnell holen. Do it, sagt Pierre. Okay, for you. Okay. Wahrscheinlich hält sie aber nichts davon. Sag ich jetzt schon, die ist selbst nicht einverstanden. Oh. 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 Brother. Oh oh. Oh. Oh, okay. Oh. Oh, oh. I see you. I see the bond between you. So tender. So fragile. But do you see it for yourselves? Shadowheart. An endless storm surges behind sharp eyes. Listen. Think. From where does Shadowheart draw comfort on a cold dark night? Oh je, jetzt müssen wir noch antworten. Woraus zieht Schattenherztroß in einer dunklen, kalten Nacht? Ja, die Beurteilung anderer. Schon das Erste, oder? Ja, Decke ist ein bisschen abwertend hier, Kevin. Der dritte Teil von Monkey Island kommt in vier Tagen. Ah, alles klar, Diggi. Dankeschön für die Info. Ja, try it. Well put. Though I'll forgive a middling wine, so long as the company makes up the difference. Aha, immer einen Schritt weiter. Okay. Hear how your bond thrums with pleasure. Strong, vital, pulsing with affection. Der Weithaarigen. Durch Diskretion. Kluges Urteilsvermögen. In der Manceloniten in Furze hüllt. What? 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 Äh... Ich würde sagen, Nummer 2. Not completely off the mark. But there's easier paths into my good graces. There is hollowness between you. Something brittle and strained. We must dig deeper. Grasp the pain hiding within. Shame sits in the soul of all. To tame it. We must name it. Shadowheart. What is her deepest shame? Uh... Uh... Sie kann nicht schwimmen. Das wissen wir ja sogar. Also das hier auch. Und wer sie ist, hat sie jetzt glaube ich langsam rausgefunden, wohin sie gehört. Will sie noch rausfinden? Oder ist sie gerade dabei? Im H hat es ja auch ein bisschen was zu tun, aber die tiefste Scham... Ich will sogar eher sagen hier Nummer 2. Aha. This was something. Your bond is false. And I know why. What? Because your heart belongs to another. Close your eyes. And she will show herself to you. What? Ah. So... You're the lick spittle who crushed the bone lord's throne. Oh! Have you come b-b-begging? Sniffing for our stones? Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. Oh, your bond will not save you. He will wrap its cord around your neck and make you swing from it. When you find the Lordling, tell him, Oren is watching. Wow. Jetzt weiß sie theoretisch zwischen Schattenherz und mir Bescheid. Aha. How long has she been watching? Treueprobe. Gail ist auch inspiriert. Das Herz weiß es. Das Treueprobe? Ja. Den Liebesmeister bitten, eure Bande zu prüfen. Okay. Aber jetzt weiß sie besser. Vielleicht hat sie sogar später raus einen Impact. Wenn sie in den Kampf geht, dass sie versucht, Schattenherz von uns zu trennen oder so. Vielleicht hat sie sogar irgendeine Bindung da. Könnte ich mir gut vorstellen. Okay, Metra, ich fülle Badentanz auf. Eigentlich war es ja nichts wert, weil es ja Fake ist. Ja, trotzdem haben wir die ganze Zeit Boni-Punkte bekommen. Guck mal. Beziehung ist außergewöhnlich gut. Charakter ist vom Avatar begeistert und lässt sich nicht, äh, lässt sich sehr leicht überzeugen. Ist ein Maximum fast, ne? Nur Gail müsste ein bisschen höher sein. Ja. Gail ist ein bisschen höher. Wegen der Bombe und alles. Aber auch cool gemacht. Schattenschnurhaar. Möchtest du jemand zum Kätzchen für daheim? Überleg mal, das führst du durch die City aus. Ja, das ist Schattenschnurhaar. Schattenschnurhaar ist jetzt schon 23 Monate alt. Aber ich glaube, wir brauchen einen Tanktausch. Sprechenden Tiere, Dingsiebungsi, oder? Oh, ne Karen. Lol, und die Frisur noch dazu, ne? Ja, geht fast. Okay. Was ist, wenn wir das Ding einfach aufmachen? Ich glaube, er sieht gut aus. Oh, easy. Oh, man. Okay, wir haben es ausgemacht. Oh. Äh, äh, hallo? Ist einfach weg. Oh, wow. Okay. Natürlich machen wir das jetzt nicht. Ich dachte eigentlich, ich kann das nur kurz aufmachen. Sonst erkennt keiner. Und dann rennt das Ding einfach raus. Okay. Hey. Eine Kamera zu drehen. Ist aber nicht das, was ich immer haben will, oder? Moment. Ne, das ist einfach ein bisschen.